Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Galactic Craft. Wir haben nämlich, ich hab nämlich mein Interface mir gemerkt und deswegen haben wir es noch, weil ich kurz bei einer anderen Folge von mir nochmal nachgeguckt habe und es so in etwa so ist. So, ja dann haben wir das jetzt. Dann müssen wir, jetzt gehen wir nicht mehr auf Höhlen-Tour, da hab ich jetzt keine Lust mehr drauf. Dann machen wir jetzt das hier und braten erstmal ein bisschen. So. Da steht nur ein Schaf. Warum steht hier nur ein Schaf? Die Werkzeuge habe ich nicht mitgenommen, sondern als Strafe. Außerdem waren die abgenutzt, das heißt, außerdem waren die eh schon so kaputt. Die hätten wir bestimmt nicht mehr gebrauchen können. Mein Schaf ist abgehauen. Das ist meins. Hä, wie kommt denn das da raus? Geheimnis der... Geheimnis des... Geheimnis des... Geheimnis des Geheimnisses... Keine Ahnung warum. So, dann schmelzen wir schon mal das. Das hier werden wir jetzt auch schmelzen. Das Gold werden wir jetzt so schmelzen. Das Gold werden wir jetzt so schmelzen. Ja, wir haben jetzt halt einen verschwendet. Ist ja auch egal. Jetzt wollen wir nämlich weiter craften. Wir müssen jetzt ganz viel machen. Wir brauchen jetzt unheimlich viel Strom. Wir brauchen jetzt... Also wir müssen jetzt richtig in die Tube drücken. Wir müssen jetzt ganz viel... Wir brauchen jetzt ganz, 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 ganz viel. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal neue Werkzeuge. Geil! Geil, die kann man damit auch drehen. Geil! Nicht nur die... Alter, dieses Ding ist sowas von wertvoll. nur auf wegen dem würde ich jetzt wegen dem würde ich jetzt die ganze Mod einzeln nur runterladen obwohl ich die gar nicht mögen würde so sortieren wir jetzt mal ein bisschen das haben wir nämlich überhaupt nicht gemacht vorher so mein Navira läuft gerade nochmal drüber über meinen Computer dann werden wir jetzt mal Sachen aus Eisen machen eine Eisenspitzhacke Eisenschaufel eine Steinaxt reicht auch wir gehen nicht so oft Holz holen deswegen eine Steinaxt ein Eisenschwert machen wir es ja will aber gar nicht die Monster anmachen nur dann leckt es noch mehr ja läuft gerade drüber gut dann werden wir jetzt die nächste Maschine machen wir wollen ja jetzt Strom genau wir brauchen jetzt sieben Stahl das war das wir brauchten nämlich ganz viel wir werden jetzt erstmal das hier machen wir werden ein Redstone und Redstone wie Peter 1,2,3 1,2,3 1,2,3 zu kriegen und deswegen wir wollen nämlich das hier craften das hier und deswegen wir müssen jetzt erstmal ganz ganz viel zusammen pressen und was weiß ich nicht alles das wird mir ganz schön lange dauern da werden wir so schön auf diese ganze Folge mit beschäftigt sein so das Kupfer können wir mal nebenbei brennen tolls so wir brauchen diamanten zwei silikon komm das silikon nehme ich einfach mal mit ja die diamanten einen einen diamanten brauchen wir noch hier die haben wir gar keinen Strom scheiße nein die können nicht mit Holzfeuer an so ein Mist wir müssen jetzt die Kohle wieder nehmen was müsste denn mal Strom produzieren Er läuft. So. Den fortgeschrittenen Wafer haben wir. Jetzt müssen wir ganz viel drücken. Wir brauchen sieben gepressten Stahl. Das heißt sieben gedrücktes Eisen. Eisen läuft ja noch. Wir brauchen noch sieben Stück. Die Kohle brauche ich noch. So. Jetzt? Der Kupfer ist auch schon fertig. Wie sagt das Kupfer? Blöd, Mann. Ist noch nicht fertig. Was können wir in der Zeit schon mal machen? Wir können auch schon mal die Aluminiumkabel machen. Dafür brauchen wir zwei. Zwei. Zwei, hallo. Okay, so viel Wolle haben wir. Doch, so viel Wolle haben wir. Ja, so viel Wolle haben wir. So. Vielen Dank.